Hallo meine Freunde, jetzt sind wir hier bei der vierten Location. Die dritte war ein Erfolg, bei der vierten ist die Tür auf, aber hier ist ein verfickter Tor. Wir können mit dem Fuß, ich meine, im Moment muss man einfach drüber flittern, aber auf jeden Fall sollten die Location nochmal merken. Da gibt es bestimmt sehr bald ein Video davon. Wer sich fragt, wo wir hier stehen, der gibt bei Google einmal Mason Boone ein. Wir sehen uns bei der nächsten Location. Ja meine Freunde, gleicher Ort, gleiche Stelle, auch nicht das gleiche T-Shirt anhaben, nein, das ist ein Tag später. Und heute gehen wir hier rein. Viel Spaß mit dem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Bis zum 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 nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Amen. 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 Ja, meine Freunde, das war es hier aus einem kleinen Haus, auch genannt Mason Boone. Ich finde es ein sehr eindrucksvoller Ort, noch mit vielen Details, wenig Zerstörung und ganz wichtig, keine Graffitis. Wenn euch das Video genauso gefallen hat wie mir, gebt einen Daumen nach oben, gebt uns ein Abo und wir sehen uns in den nächsten Videos. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.